moin leute was geht willkommen zu einem neuen video ich möchte vor und weg sagen wenn man ein kleines brummen im video tut es mir mega mega leid aber genau neben mir wird karten haus abgerissen und ich weiß wie lange es dauert und ich wollte heute das video laden deswegen muss ich leider gott falls es brummen sollte ja trotzdem aufnehmen so ihr habt das video eingeschaltet weil ihr gelesen habt zweifel auf der fittest konsolenlaunch verschoben ja gestern abend hatte mir styler geschrieben gehabt dass es wieder passiert ist dass der konsolenlaunch verschoben worden ist gerade leute wenn ihr irgendwelche news irgendwo liest ihr könnt mir immer sehr gerne schreiben weil ich lese auch nicht jeden twitterbeitrag jeden tag deswegen vielen dank dass du darauf aufmerksam gemacht hast ja leute es ist wieder passiert es wurde verschoben wo man aber sagen muss es ist auch besser so ja es klingt jetzt vielleicht doof aber sie schreiben in ihrem text dass es halt besonders für die xbox one und ps4 version also für die old gen version einen kritischen fehler gab der die performance extrem schlechter gemacht hat und ich sag mal so gerade die auf den alten generationen spielen die wollen ja nicht dass das game schlecht ist wie wir wissen wir wollen ja lieber eine lounge haben der funktioniert anstatt es lounge zu haben der schlecht läuft klar ist 24 stunden vor ankündigung des patches ein bisschen kacke aber wir können es nicht ändern man könnte sagen ja das ist halt typisch wildcard leute okay aber das ist halt jede andere firma würde das wahrscheinlich auch machen wenn man am ende des tages noch mal merkt ja ich denke auch dass die aktuelle lage der generations dinge auch nicht ganz so einfach ist ich meine ich bin jetzt kein entwickler aber die ps5 version ist ist trotzdem ja anders als die ps4 version gerade was auch die leistung der konsole und so angeht und ich kann mir schon vorstellen so spielen mehreren versionen zu ja zu bearbeiten auch ein bisschen kompliziert werden kann ja normalerweise hat man immer so eine laufende generation man kennt es ja ps4 zeiten gab es halt die games nur auf ps4 wie am anfang von arg auch jetzt hat man halt ps4 du hast switch du hast dann halt ps5 oder also generell next gen old gen das gibt es sehr sehr viele variante vielleicht kann es auch ein bisschen problem liegen dass man halt an so vielen baustellen rum entwickeln muss ich meine ich kenne mich damit nicht ganz genau aus ich weiß nicht ob das einen großen unterschied macht ob man das game für eine ps4 oder für eine ps5 entwickelt da bin ich leider nicht so gut in der materie drin aber auf jeden fall wurde es verschoben ja was das neue datum ja im endeffekt geben sie kein offizielles richtiges neues release datum sie sagen dass sie bis zum ende der woche den release plan oder besser gesagt uns auch noch mal mitteilen wollen ob das funktioniert weil sie aktuell an dem fehler arbeiten persönlich können sie sagen ja das update kommt fest am freitag wenn es wenn der fehler bis dahin nicht behoben worden ist dann ist der fehler bis dahin nicht behoben worden ich kann mal gucken ob sie währenddessen was neues gepostet haben aber das war jetzt der letzte post den wir hatten also es gab noch kein update ja müssen wir abwarten was im endeffekt passiert muss man sagen also so doof wie es klingt ist aber ja der aktuelle stand es wäre heute fit ist leute ich meine ich weiß ja nicht ob ihr das letzte mal angeguckt habt also die jetzt meine streams von vom anfang noch im kopf hatten ähm müssen sich mal die patch notes angucken ich habe gerade gestern ein patch notes video hochgeladen gehabt wo es um ja die veränderungen geht und da ist echt viel gemacht worden muss man dazu sagen also sie machen recht viele balance anpassungen sie machen super viel mit dinos deswegen würd für konsole schon denke ich mal ganz geil werden dieser kleider halt mit verschiebungen ja dann müssen wir jetzt halt durch ja also heute ein kleines news video am morgen ich sag mal ich würde es nicht unnötig in die länge ziehen ich sag vielen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen video wieder euch noch einen schönen tag und ciao noch früher morgen Leute ich trinke erstmal meinen kaffee zu ende und dann geht es weiter ans heutige normale tagesvideo Ja Ja ou